Die Nase erscheint dick nach einer Nasenkorrektur. Was kann ich tun? Ja, also dass die Nase nach einer Operation zunächst mal ordentlich dick erscheinen kann, ist was vollkommen Normales und überhaupt kein Grund zur Sorge für die, die frisch operiert sind. Natürlich muss man, um die Strukturen an der Nase zu bearbeiten, eben auch den Hautweichteilmantel ablösen und auch zum Teil ein bisschen dehnen. Und all das erzeugt Schwellungen und ein bisschen Einblutungen eben auch im Bereich der Nase selbst. Und es dauert durchaus lange, bis so eine Schwellung wirklich vollkommen abgeklungen ist. Aber dass es anfänglich erstmal ordentlich dick erscheint, ist also etwas, was zu einer Nasenoperation letztendlich dazugehört und darf überhaupt nicht verunsichern, wenn man so die ersten Male in den Spiegel schaut. Es gibt unglaublich viele Mittel und Wege, wie man das so ein bisschen beschleunigen kann, dass die Nase abschwillt. Das Allerallerwichtigste ist aber tatsächlich, Geduld zu haben und abzuwarten. Die Natur, die bringt das schon in Ordnung. Man kann aber eben unterstützen durch bestimmte Maßnahmen, wie eben Medikamente, aber auch Massage, Tapen, all sowas. Damit kann man den Abschwellprozess beschleunigen. Dazu gibt es auch schon Videos in unserer Videothek. Schaut da gerne mal rein und macht euch vor allem keine Sorgen, wenn eure Nase im Moment noch nach Operation zu dick erscheint. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal da unten so ein Like da und bitte vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns über jeden, der regelmäßig unsere Videos schaut und uns verfolgt. Also Aktivität auf eurer Seite ist gefragt, liken, abonnieren, Knöpfchen drücken da unten. Vielen Dank.